Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Essence of Samadhi. Ich bin Stanley Samadhi und der Gründer von Samadhi Movements. Samadhi Movements ist ein Bodyweight Training Konzept angelehnt an den Maya Kalender, den kosmischen Zyklen und täglichen Energien. Wo wir bei den täglichen Energien sind, heute haben wir das zweite Bewusstseinssiegel, the white wind, also den weißen Wind. Weiß repräsentiert das Element Luft, den Himmel, die Verbindung zum Kosmos, zum Himmel, zu den oberen Körperbereich. Es werden Arme, Schultern, Brust und Oberrücken, Nacken trainiert. Es sind viele Übungen an den Pull-Up Bars, an den Gymnastik Ring. Ich habe heute bewusst die Gymnastik Ring Edition rausgesucht, also werde sehr viele Übungen an den Gymnastik Ring machen. Sehr effiziente Übungen, wenn du dieses Tool zur Verfügung hast. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Es ist sehr günstig und sehr effizient und lässt sich überall sehr leicht mit hintragen. So viel dazu. Ich werde jetzt Vollgas geben. Es ist wieder super, super heiß hier im Sacred Valley. Ich werde ordentlich ins Schwitzen kommen und wünsche auch dir ganz viel Motivation und Inspiration und auf, dass du auch ordentlich ins Schwitzen kommst. Also bis bald, ganz liebe Grüße, dein Stanley Samadhi. 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 Bis bald, ganz드립니다. Bis bald, ganz liebe Grüße, dein Stanley Samadhi. Bis bald, ganz wichtig. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Puh, ist nichts ohne das Workout heute Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kokoa, Kokoa Kokoa, Kokoa Kokoa, Kokoa Kokoa, Kokoa Sande Kokoa 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war das zweite Bewusstseinssiegel, the white wind, der weiße Wind von Samadhi Movements, die Dream Ring Edition. Heute die Energie des weißen Himmels, weiß repräsentiert auch Transformation und Heilung. Eine ganz besondere Energie, sehr pushende, im wahrsten Sinne des Wortes, am Ende noch einige besondere Push-Ups gemacht. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest alles geben oder wirst alles geben. Viel Inspiration, viel Frieden, Love und Stärke in Abundance und alles, was man nur wünschen kann. In diesem Sinne, stay healthy, stay in peace and love and life und vor allem stay in freedom. Namaste, in La Kesha Lakin, dein Stanley Samadhi, bis bald.